Wisst ihr, es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Wie zum Beispiel, dass Leon Machère alle seine Fehler eingesehen hat, alles ändern möchte, aber trotzdem das gleiche kommt. Hä? Heute geht es mal um Dinge, die ich in der Schule außer Mathe nicht verstehe. Deswegen gibt es heute die allererste Folge von Warum und Action. Das Bildungssystem. Wer kennt es nicht? Man lernt in der Schule, die man im Leben niemals braucht. Ich habe nie gelernt, wie die stabilen Seitenlage geht, wie man einen Verband richtig anwendet oder wie eine Herzrhythmusmassage geht. Dafür lerne ich, wie man scheiß Parabeln ausrechnet. Ich habe meine Mathelehrerin letztens mal gefragt, was sie außerhalb des Lehrerdaseins Parabeln braucht. Ihre Antwort? Das sieht man gut, wenn ein Basketball fliegt. Damit kann man ausrechnen, wie man ein Basketball werfen muss. Kenne ich auch immer. Ich stehe auch jedes Mal vor einem Basketballkorb und werfe ihn. Aber bevor ich werfe, rechne ich noch aus, in was für einem Winkel ich ihn werfen muss, mit welcher Kraft und mit welcher Geschwindigkeit er fliegen muss. Geht's noch? Was ist zum Beispiel mit dem Thema Versicherung? Was ist da so wichtig? Wie komme ich an Kredite drin? Nein, wir müssen 100 Jahre alte Gedichte auswendig lernen und die Lehrer bewerten das dann. Und warum? Und, naja, meine Vermutung ist, dass die Lehrer keine Arbeiten korrigieren müssen. Schüler sollten ab dem Schülerbetriebspraktikum entscheiden, in was für eine Richtung sie ausgebildet werden wollen. Das bringt mir nämlich gar nichts, wenn ich Musik und Kunst habe, wenn ich später eine Ausbildung zum Mechaniker machen will. Lehrer schieben alle Arbeiten auf einen Zeitpunkt. Ich hatte bei mir in der letzten Zeit so viel Stress, weil ich jede Woche mindestens drei Arbeiten und noch mehr Tests schrieb. Warum bekommen Lehrer das nicht irgendwie stressfreier hin für die Schüler? Lustig zu sehen dabei ist dann aber auch noch, wie die Lehrer sich beschweren, weil sie ja so viel zu korrigieren haben. Mann, ihr wisst, wie viele fucking Schüler ihr habt. Halt das besser ein. Jetzt mal zu den Lehrern. Dazu soll in Zukunft auch noch eine Warum-Folge kommen, auch noch zu den Schülern. Aber diese Art von Lehrer will ich mir unbedingt vorgreifen. Die Lehrer, die nicht so gut Deutsch können. An sich, das ist ja gar kein Thema, wenn Leute noch nicht so gut Deutsch können. Da lernen sie es halt einfach. Aber wir haben eine Kunstlehrerin, die aus Korea kommt, in Frankreich wohnt und hier im Saarland unterrichtet. Sie kann generell nicht so gut Deutsch und vor allem wegen der Herkunft aus Korea hört man das ziemlich stark raus. Und ich persönlich verstehe gerade mal ein Viertel von dem, was sie sagt. Und sie redet sehr viel. Das ist für mich ziemlich schlecht, weil ich halt einfach nicht weiß, was ich jetzt malen soll. Und schließlich bekommen wir darauf ja Noten. Das Benotungssystem. Wer kennt es nicht? Man hat zum Beispiel in Kunst eine 5, weil man die Lehrerin nicht versteht und sie scheiße bewertet. Und dann darf man alles wiederholen, obwohl man in rechtlichen Fächern eigentlich ganz gut ist. Dieses Bewertungssystem von Deutschland ist einfach der größte Müll. Weil wenn ein Fach einem nicht liegt, verbaut es einem die komplette Zukunft. Und das ist einfach Schwachsinn. Das war es mit der ersten Folge von Warum. Wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, dann schreibt mir einfach mal Themen in die Kommentare. Schreibt natürlich auch Kommentare in die Kommentare. Wir wollen nämlich den Rekord von der letzten Folge quacken. Das waren nämlich 13. Das war es soweit von mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wir sehen uns. Ciao. Das war es soweit von mir.